We are not turn away now We are the warriors that built this town Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Wargir Technik Heute gibt es mal eine kleine Ankündigung, leider nur Und zwar geht es darum, dass wir das Mega Wargir nicht schaffen, bis zum 24. fertig zu bauen Denn das ist in weniger als einer Woche Und demnach schaffen wir das nicht Das hier ist nur eine Kopie, um euch zu schildern, warum das Ganze so ist Und zwar sind wir mit Panzern relativ weit gewesen Und zwar kann ich es mal eben zeigen Gepanzert haben wir eigentlich größtenteils hier unten im Innenraum Schon sehr viel Also bis hierhin ist echt alles gepanzert Und hier bei der Brücke ist auch schon Ups, da habe ich gerade FPS-Drucks Hier sind glaube ich ein paar Alarme an, mal schauen Oh ja, hier ist einiges an Ich glaube ich habe hier wieder rumgespielt und habe etwas kaputt gemacht Äh Ist natürlich nicht so schön Ich zerstöre hier oben gerade mal was Das geht mir nämlich auf die Nerven Ja genau, nicht wundern, das ist eine Kopie Deswegen ist hier auch alles kaputt Also das ist auch nicht das Problem Das Problem, worauf ich zurückkommen will Liegt auch in der Nähe von der Brücke Alter So und zwar hier hinter Äh Um genau zu sein Hier Ihr seht, hier habe ich auch schon ein bisschen was aufgegraben Und zwar haben wir hier dieses tolle Eingangstorn Das bereitet uns gerade ein bisschen Kummer und Sorge Ähm Weil wir hier vorne das Codeschloss haben Ja Und da geben wir mal eben den Code ein Das funktioniert auch Das ist kein Thema So Ups Irgendwie leckt bei mir so ein bisschen Naja egal So, dann haben wir hier den Code angegeben Das Tor geht natürlich nicht auf Erst wenn man Eingabe drückt Das mache ich jetzt mal eben nicht Ich drücke jetzt einfach mal Reset Um zu zeigen Resetten kann man das Codeschloss von hier So Dann haben wir das einmal so Was kannst du nochmal? Ups So 1, 5 Und 1, 2, 4 Ja danke 1, 2, 4 Jetzt will er nicht Hallo Doch Oh Das war jetzt irgendwie gerade ein Anzeigefehler oder so So Wie auch immer Dann drücken wir auf Eingabe Ähm Dann ist das Tor hier auf Und ich habe hier ein wenig drin rumgegrieft Beziehungsweise wollte ich gar nicht Und zwar funktioniert dieser Reset Knopf hier einfach nicht mehr Also jetzt funktioniert er wahrscheinlich genau Aber nur weil ich ein paar Funktionen kaputt gemacht habe Und ich weiß auch gar nicht Ob das jetzt richtig resettet ist Ähm Ne Hier seht ihr Das ist halt Nicht resettet das Codeschloss Und vorher war es so Dass dieser Button überhaupt nicht funktioniert hat Ähm Und zwar Sieht das folgendermaßen aus Wir haben hier schon gepanzert Und ich wollte hier eigentlich gerade anfangen zu panzern Und da habe ich halt nochmal kurz Bin ich nochmal durch das Tor durchgegangen hier Habe halt gesehen Ey warte mal Der Reset Knopf funktioniert nicht Und dabei ist hier irgendwo was kaputt gegangen So das ist jetzt natürlich nur eine Kopie Und ich würde hier jetzt alles dran setzen Das Äh Richtig zu machen Und ich versuche es auch Und ich glaube ich habe hier einen Fehler gefunden Ähm Und zwar ist durch das Äh Hier war irgendwie glaube ich ein Äh Äh Dingsens Ein Wie nennt man das Ein 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 Tickverkürzerer Wie auch immer Ähm Auf jeden Fall Musste ich das hier Also das Ganze Um das hier jetzt äh Äh herauszufinden was das ist Weil hier geht es dann hier hoch Da muss man hier erstmal ein bisschen was kaputt griefen Da hat man dann hier schon was zerstört Was hier drauf war Und dann Ist das Ganze hier wieder kaputt Und da weiß ich auch nicht warum das hier ist Weil das gehört nicht So Oder auch doch Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Äh Ist das ein ziemliches Chaos Wie ihr seht Und ich versuche das jetzt alles zu fixen Aber wie gesagt Es dauert sehr lange Es ist total Ätzend auch Und äh Da wäre natürlich so eine Mod wie ein Äh Noclip oder so schön Aber das hat man nicht auf Servern Das gibt es nicht Also es gibt Ja doch das gibt es Das kann ich mir eben zeigen Aber das funktioniert nicht Wirklich Noclip Ne Das hier ist Ne Das hier ist Ghost Genau Da ist man dann Geist Und kann dann durch alles durchfliegen Und das wird dann alles weggemacht Und wird wieder hingesetzt Bei Sachen die nichts mit Redzone zu tun hat Funktioniert das auch Aber ihr seht schon Bei manchen Lampen zum Beispiel Ja Die sind danach dann aus Und genauso ist das mit dem Redzone Signal auch Da seht ihr es So Aus Die Lampe ist jetzt aus Die sieht man nicht mehr Und das ist halt scheiße Wenn ich damit einfach mal so durch Redzone Techniken hier durchfliege Dann sind die meistens komplett zerstört Das ist zwar ganz lustig Kann man mal machen Einfach mal so durchs Wiederwoggi durchfliegen Ne Aber es ist halt Richtig schlecht Ne Weil Also weil Die ganzen Techniken halt dadurch kaputt gehen Und Das habe ich auch da versucht Unten Und habe geguckt Ob man da vielleicht einen Fehler finden könnte Weil es ja nicht das Original ist Aber Wie gesagt Ganz funktioniert hat das halt nicht Und ich versuche das zu fixen Ich kann es nochmal im Original zeigen So Jetzt sind wir hier Hier funktioniert auch alles Keine Angst Also Da Müsste ich keine Gedanken machen Äh Das ist manchmal auch ein bisschen schwer zu finden Ich weiß das ist direkt hier Aber Naja wie auch immer Also ähm Was ich eben gesehen habe Ist dass wir einen Diesen Tickverkürzer glaube ich Zugemacht haben Also beim Panzern Ja Da wäre nämlich jetzt auch was angegangen Aha Vielleicht kriegen wir das sogar Hin Äh So Aha Seht ihr das ist halt total schwierig Jeden Block den man zerstört Muss man Übelst darauf achten Dass man den Äh Ja Richtig setzt Das war jetzt mal ein Serverdeck Was ist denn hier los Äh Naja Auf jeden Fall Äh Muss man halt bei allem Darauf achten Dass man es äh In jeder Weise Äh Mit Bedacht macht Da würde ich auch ganz gerne Noch mal ein Video drüber machen Über das Panzern an sich Äh Mal sehen was Hier das Coach was jetzt sagt Äh Eins Zwei Vier So Gut Eingabe Wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht Ja Ähm Wie gesagt da habe ich halt ein bisschen was kaputt gemacht Und das versuche ich jetzt zu fixen Äh Darum Leute Es wird nicht bis zum 24. fertig Das tut mir furchtbar leid Ich hatte Ehrlich gesagt den sehr großen Wunsch Dass es Äh Dann fertig wird Aber Das Ganze hat leider nicht funktioniert Ähm Ich hoffe ihr verzeiht uns das noch ein bisschen Ähm Ja Zudem kommt aber noch Also ich habe ja jetzt nicht Tag und Nacht dran rumgebaut Äh Zudem kommt aber auch noch Da ich gerade verdammt viel Schulstress habe Weil es sind nun mal die letzten Wochen vor Weihnachten Und da die Lehrer Äh Also ich bin ja jetzt in der 12. Klasse Da die Lehrer in der Äh In den Im Januar Keine Wirklichen Klausuren Keine Relevanten mehr schreiben wollen Weil natürlich erstens Der Äh Stoff den man Dafür lernt Über die Ferien Äh Wahrscheinlich Verschwunden Verschwunden geht Wenn man das mal so sagen kann Oder einfach Ähm Da nicht so viel gelernt wird Deswegen wollen die das alles davor schreiben Wenn das aber eigentlich 90% aller Lehrer wollen Dann hat man da irgendwie so Äh Ja Mehr als zwei Wochen voll Voll mit Klausuren Und das ist halt scheiße Und deswegen konnte ich natürlich auch nicht so viel zocken Ich habe dann halt versucht das Ganze hier zu fixen Deswegen mache ich auch dieses Video Ähm Ich kann euch aber schon mal so ein bisschen sagen Was es noch zu machen gibt Also neben Natürlich dem Panzern Und Selbstverständlich Dem Rücken hier Äh Wie gesagt Da wurde auch schon angefangen Äh Übrigens kommen diese Ketten Sehr wahrscheinlich Da lassen wir euch noch so ein bisschen drauf Äh Da könnt ihr noch ein bisschen drauf gespannt sein Wahrscheinlich kommen diese Ketten hier Die wir gebaut haben Hinten Ans Mega-Woggle ran Sozusagen als Äh Heckantrieb Weil das ist ein riesengroßes Gewicht Was da drauf lagert Und Ja Das sieht glaube ich ganz cool aus Mal sehen was der So cool da noch alles zusammenbastelt Ähm Wie auch immer Was noch dazu gehört Ist äh Eine Bedienungsanleitung Und zwar ist die Bedienungsanleitung Eigentlich so gut wie fertig Da muss nur noch der Name des Walkies rein Das ist ja auch noch so ein Geheimnis Wir wissen da auch noch nicht so ganz Was es sein wird Auf jeden Fall wird das eine Bedienungsanleitung Und die ist Ich kann euch jetzt mal eben ein Screenshot Von dem Inhaltsverzeichnis einblenden Damit ihr so ungefähr seht Äh Wie groß die wird Auf jeden Fall Äh Seht ihr jetzt Die überstreckt sich über Äh Zehn Seiten Und die hab ich geschrieben Und ich hab mir da wirklich Mühe gegeben Und ich hoffe Ihr lest euch das durch Weil Da steht wirklich eigentlich so gut wie alles drin Was man über Über das Megawoggie hier Wissen sollte Und äh Muss Und da steht drin Ja Wie man was bedient Die Brückenelemente und so Und äh Falls man mal nicht weiß Ey Was ist das denn hier gerade für eine Technik Oder äh Ja Das ist halt alles gegliedert Und das habt ihr ja gesehen Und ähm Da könnt ihr euch das gerne mal durchlesen Klar es dauert ein bisschen Zeit Aber ich sag gerne Äh Bevor ihr das Megawoggie betretet Liest euch bitte diese Bedingungsanleitung durch Ich hab Auch Formal geschrieben Also ich hab selbstverständlich formal geschrieben Eine Bedingungsanleitung Schreibt man ja so Aber ich hab auch Ein paar Witze reingebracht Also so Ein bisschen was mit Humor gemacht Und äh Vielleicht machen wir ja mal so ein Gewinnspiel oder so Oder so ein Kann ja so ein Quiz oder so Äh Äh Aber das sind ja wir Also was macht ihr denn da Wisst ihr Also klar kann es sein Dass man da jetzt nicht drauf achtet Von wegen äh Grammatik oder so Aber es geht halt darum Dass ich manchmal das Gefühl hab Dass nicht ganz unterschieden wird Dass Walkie Technik noch immer René und ich sind Und nicht nur ihr Oder nicht nur er Also das sind wir beide als Team Und äh Deswegen äh Möchte ich da Dass da klar Äh Differenziert wird Ja Wie auch immer Ich wollte jetzt auch nicht zu lange labern Ähm Es tut mir wie gesagt furchtbar leid Dass es bis zu Weihnachten nicht fertig wird Aber Ähm Ich hab ja schon gesagt Dass wir uns kein Zeitlimit setzen werden Dafür ist jetzt schon einiges fertig Und äh Designtechnik muss noch was fertig gemacht werden Technik ist fertig Und irgendwie leckt Gerade alles rum Keine Ahnung wieso Naja Wie auch immer Ich hoffe ihr habt noch einen Äh Schönen Tag Ist ja auch bald Weihnachten Ich glaub da Könnt ihr euch auf Geschenke freuen Und Damit würde ich mich verabschieden Und sage Ciao Bis zum anderen Video